hallo ihr lieben und recht herzlich willkommen beim nette leute treff eurem 50 freizeittreff im ländle am freitag ist es wieder soweit endlich geht es raus in die welt und wir haben unseren nächsten stammtisch wo es da genau hingeht erzähle ich euch wie immer nach dem intro so kurzes update noch zu unserem letzten kino abend der war natürlich wunder wunderschön wir hatten ganz tolles wetter und bevor es dann losging mit dem kino abend saßen wir noch draußen auf der terrasse und haben es uns richtig bei einem schönen umtrunk gut gehen lassen schön war natürlich auch dass wir reichlich gäste hatten und es war wirklich ein ganz ganz toller abend mit einem tollen film so jetzt aber zum kommenden freitag unser stammtisch findet statt und ich habe mir gedacht es wird mal wieder zeit dass wir nach honig in die krone alt honig gehen die krone alt honig ist so ein richtig schönes uriges lokal ein bisschen retro flair aber wirklich ganz ganz tolles essen fast schon würde ich sagen so ein bisschen angehauchte gehobene gastronomie zumindest was das essen betrifft ansonsten wirklich ein ganz cooles lokal junge hippe leute und da freue ich mich schon so richtig drauf da mal wieder hinzugehen wir sind ja regelmäßig ein zweimal im jahr dort letztes jahr aufgrund corona gab es leider ein bisschen probleme aber dieses jahr sollten wir es doch wieder hinbekommen dass wir dort einkehren werden damit ich für euch und für uns natürlich einen tisch reservieren kann würde ich euch bitten dass ihr euch doch bitte bis zum kommenden dienstag abend per whatsapp anmeldet dann kann ich nämlich am dienstagabend noch anrufen und für uns den tisch reservieren auf freitag 19.30 am kommenden sonntag findet natürlich auch wieder unsere wanderung statt aber dazu mache ich dann noch ein extra video ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen sonntag abend lasst ihn schön geruhsam ausklingen ich freue mich wenn viele von euch am freitag mitkommen zu unserem stammtisch in die krone alt honig um 19.30 und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen abend tschüss euer andré nette leute treff